servus leute neues video auf youtube ich bin der jonas und ihr seht schon ich bin in einer ganz anderen kulisse unterwegs wir haben hier jetzt leider keine so gute aussicht aber ich bin in den bergen zusammen mit nico jetzt im moment auf einer enduro tour unten im tal sind noch der manu der mike der andy der matze und der sven also ganze schaltwerk schweigern crew ist im endeffekt am start der matze kennt er von nonplus components den manu kennt er auch schon der andy vom radladen und der sven auch vom radladen und genau ich bin mit nico heute losgezogen zu einer enduro tour und zwar sind wir in selden pünktlich zum opening dieses jahr 2021 heute ist donnerstag der erste tag für uns wir sind gestern schon angereist heute hat der lift noch zu deshalb haben wir uns entschieden enduro tour zu machen und sind auf der anderen seite nach oben gefahren also nicht da wo die zwei lifte nach oben gehen wer selten kennt sondern auf der anderen seite und werden hier mal die single trails auschecken was da geht sind jetzt schon 4,6 kilometer hochgetreten aber 714 höhenmeter also schon ein ganzes eck und sind jetzt an dem jägers notweg trail ist schwarz ausgeschildert mal gucken was uns erwartet soll glaubt ziemlich technisch sein und ich würde sagen zum einfahren einfach der perfekte trail für uns beide so kann es wochenende losgehen und genau wir haben vor drei trails heute zu fahren also bleibt auf jeden fall dran genau jetzt geht es erstmal los auf den jägers notweg trail und wie immer wünsche ich euch viel spaß mit dem video let's go so leute jägers notweg trail single trail hier in selden mal gucken was da geht ich habe euch dabei an testi der miko ist erstmal hinter mir oh das ist ja schon mal geil hier wir sind hier in selden auf ungefähr so 1000 1600 meter 1700 meter da kommt das erste schneefeld geiler trail oder oder schon okay weiter geht's erstes schneefeld haben wir erfolgreich passiert ja da muss man immer aufpassen gerade wenn es ist ja geil frisch geschäbt hier frisch gemacht geil macht das bock schon wieder ich liebe einfach in den bergenrad zu fahren richtig geiler single trail bis jetzt auf jeden fall übe laune wird es ein bisschen steiler ja ist als schwarzer trail ausgezeichnet aber ich sag mal lässt sich jetzt bis jetzt echt gut fahren wenn man ein bisschen fortgeschritten ist hier kommen jetzt ein paar spitzkehren schön hinterrad versetzen dann ist ein bisschen einfacher kurven weit außen anfahren okay Achtung da wird es steil ich halte mal kurz an schauen die kurve da hingucken wo du hin willst ja geil geil aber das war's das war's das kriegst du hin komm man langsam jawohl 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 geil ja man so es geht weiter nächste kurve gemeistert ja man schön hoch ran fahren mich überholst hinterrad hinten nicht zu viel bremsen außen anfahren hinterrad versetzen ich habe ein bisschen steif noch auf dem rad aber müsst ihr euch überlegen wir sind jetzt die ganze zeit hochgetreten noch kein trail heute gefahren uah scheiße jetzt stehe ich das ist jetzt gleich als ersten trail hier schon krank hart ah solche kurven gefallen mir doch so ich warte hier kurz auf den nico auch wenn es dann für euch ein bisschen unflaug wird aber hinten bergen ist das wichtig boah scheiß kurve abhöhlen passagen abhöhlen passagen rutschige steine halber im fluss hier runter über diese regenrinnen schlimm ausgeklickt rutschige steine halber im fluss hier kommt eine arse kehre leo karst wo bist du wenn man dich braucht ja ich weiß nicht ob ihr mich noch versteht da unten ist der bach ziemlich laut also jetzt wird es doch schon zum zum fortgeschrittenen trail zum schwarzen trail die spitzkirchen sind jetzt schon assi wenn man da keine skills hat zum umsetzen oder so dann ist vorbei aber gönnt euch mal das hier guck mal ja so muss das hammer laufen wir tragen auf der anderen seite vom bach wieder hoch der nico ist hinter mir hallo und ziemlich geil hier der trail übelst technisch für anfänger auf jeden fall gar nichts mit dem e-bike würde ich es auch nicht machen aber hammer geil von der kulisse lohnt sich auf jeden fall mal und hier ist ein bisschen wasser nice stempelstelle ist hier guck und sos also kann nichts passieren so leute wir fahren den windach trail falls ihr den auch fahren wollt singletrail der ist auf trailforks mit rot ausgeschildert ich denke das wird jetzt wesentlich entspannter wie gerade der schwarze drück das passt ein bisschen auf wenn ihr hier ballert hier kann es sein dass wanderer kommen ein sogenannter share trail in selden und hier hat es auch so viehgatter so weiter geht es viehgatter haben wir überwunden also wie gesagt einfach ein bisschen aufpassen ein bisschen vorausschauend fahren und nicht auf letzter rille das sollte man wenn man hier in den bergen unterwegs ist vielleicht eh nicht machen wir sind jetzt nur zu zweit einfach dass nichts passiert passt einfach auf euch auf richtig chilliger trail hier also wenn es so weiter geht kann man den auf jeden fall auch für anfänger empfehlen und in dem moment kommt die übelste spitzkehre aber trotzdem geil kann man es gut üben schön offene spitzkehren ich fasse jetzt extra mal langsam wunderbar und jetzt sind wir schon unten so leute weiter geht es windhaft trail hier muss irgendwo reingehen hier geht es rein vor steinfeld ok hier wird es ein bisschen rougher ich hoffe hyper smooth funktioniert bei der neuen gopro alles blind hier übrigens also ich kenne die trails nicht zum ersten mal den selben Subbiken wow da waren da tausend Abzweigungen so der Nico fährt mal ein Stück vor das war so der ist normal 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 okay stop du kannst du da kumär kumär dann let's go Also Leute, wenn ihr in den Bergen seid, in der Radfahrt, seht ihr immer mal wieder die Kameraden hier. Richtig cool, es gibt mega die Stimmung, ist echt richtig witzig mit den Jungs hier oder Mädels, aber ich glaube Jungs. Weiter geht's zum nächsten Trail. Da hat's nicht bangt, da können wir uns ausruhen. Vielen Dank.